Wir brauchen ein bisschen mehr Stein. Oh, nö. So, machen wir nochmal das und das. Wie schaut's hier aus? Das wird schon ziemlich gemein. Können wir leider nicht verkaufen. Holz kann jetzt sogar echt mal ein bisschen weg. Kriegen wir zumindest so einen Mittelgroßen dahin. Ja, wir kriegen einen Mittelgroßen hin. Platzmäßig aber klappt's nicht. Ach, Mann. Aber da, das würde reichen eigentlich. Ich brauch das ja nur kurz, um da meine Bogenschützen drauf zu hören, dass die da... Äh... Nee, wir empfangen sie jetzt erstmal nochmal hier. Nehmen wir unsere Assalifen nochmal. Die stürmen da jetzt rein. So. Schwertkampf kommt auch mal entgegen. Hier, schießt einfach mal rein. Oh, 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 oh. Ein bisschen zurück. Schwertkampf heranlassen. Hauptsache, es funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Jetzt hier mit dem Turm. Ah, wir haben Teile. Wir haben Teile. Genau, wir haben Teile. Wir haben Moses-Einheiten gesetzt, äh, erhalten. Auch genannt, die Teile. Ihr könnt jetzt auch mal rüberschießen, oder? Ja, wenigstens was. Meine Güte, ey. Jetzt ist wenigstens mal ein bisschen fair. Ich kann... Ich kann mich wehren. Ich frage mich, was die sich denken. Schauen Sie sich die Gegend auf einmal platzieren. Entsteht da ein Turm. Hä? Was zum Teufel? Dann fangen wir so ein Bogenschütze drauf. What the fuck? Ähm, schießt die mal weg. Derwische. Dann wieder... Hm. Irgendwie funktioniert das mit den Katapulten nicht mehr so doll. Haben wir gar keine Schwertkämpfer mehr? Na doch, da. Wo sind sie? Ah. Mit Maranda. Eh, die derwische nicht. So. Jetzt möchte ich ein paar Sklaventreiber machen. Machen wir mal drei Stück. Und jede Menge Sklaven. Ihr seht, die haben ebenfalls so einen Einflussbereich, in der die Verteidigung höher ist. Und es wirkt nur bei Sklaven. Ihr seht, bei Bogenschützen bringt das nichts. Und die Sklaven haben dann echt ziemlich was an Power. Machen wir mal noch einen. Und zack, wir Sklaven. Bauern zu Sklaven machen. Das ist immer richtig schön. Kleidung runterreißen, eine Fackel in die Hand drücken und ab geht's. Bisher gesagt, das Hemd runter. Jetzt können wir eigentlich mit den Steuern noch runtergehen, dass die Bauern schneller kommen. Jetzt geht's eigentlich gerade darum. Jetzt hätte ich gerne noch die Katapulte, die jetzt mal die Mauern aufschießen. Das dürfte eigentlich reichen. Speichern wir nochmal? Gott, ich will nicht wissen, wie lange die Aufnahme jetzt schon geht. Gibt's eben ein paar mehr Folgen am Wochenende. Aufmachen bitte. Klopf, klopf. Mehr Sklaven bitte. Einziehen, das ist ein Witz. Was ein böser Junge. Aufmachen, aufmachen. Die Spratter würde schaffen das lieber. Unsere Meuchtenmörder setzen wir dann ein, um da drücken aufzumachen. Würde ich sagen. Ich wollte schon sagen, sind die Katapulte jetzt weg. Wir sind noch fast durch. Los. Sitze auf. Nicht ganz so, wie ich mir vorgestellt hab. Aber wir brauchen jetzt wirklich noch ein Belagerungscamp. Jetzt müssen wir wieder campen. Ahahaha. Campen hat jetzt eine ganz neue Bezeichnung irgendwie. Campen wurde komplett neu erschaffen. Ähm, Heiler bitte. Und einer von denen geht mal bitte da hoch. Die Verstärkungen sind in der Burg angekommen. Wollte ich gerade sagen. Könnt ihr ja auch drauf schießen, ohne dass sie sich wehren? Dann würde ich nämlich meinen Reichweitenargument nochmal überdenken. Verstärkungen nochmal? Noch mehr. Wow. Unsere Alten sind, das stimmt, unsere Alten sind glaube ich auch schon tot. Nö. Ey, die haben sich so gut versteckt, die hab ich selbst nicht gesehen. Krass. Jetzt ist aber gleich offen, oder? Kommt schon. Ja, jetzt ist gleich offen. Wunderbar. Äh, jetzt ist eigentlich schon offen. Aber das bisschen könnt ihr auch noch aufmachen. Ja, das Haus könnt ihr auch noch gleich mitnehmen. Was soll's. War wahrscheinlich gerade nur eine normale Familie beim Essen. Friedlich. Idyllisch. Okay, jetzt ist gleich offen. Mehr Sklaven. Sehr viel anbrennen können wir ja nicht. Aber die haben trotzdem ihren Angriffswert. Darf man nicht so schätzen. So. Gucken wir mal, ob das reicht. Mit der Menge. Wenn nicht, dann laden wir nochmal. So. Hier kommt das von da drüben. Und räumt mal die Zinnen. Ja, da sind halt Jäger drauf. Das ist das Gemeine. Die halten was gut aus. Die stecken was weg. Ja, kommt ihr mal hoch. Ich weiß, dass ihr das könnt. Genau so. Ja, und der da vorne hat keinen Schutz. Ihr seht's. Und die, die Schutz haben... Ich hab' das auch irgendwie stärker in Erinnerung, dass die mehr aushalten. Aber gut. Dürfte eigentlich reichen, um hier mit dem Spaß zu haben. Dann will ich nämlich mit meinen... Und schießt ihr. Was für Schwertkämpfer, oder? Wie gemein. Ihr könnt ruhig rüber. Macht euch ein bisschen mehr. Krach. Ach und Krach. Ja, das sind halt die Jäger. Alter Falte. Hm... Hätte effektiver sein können. Ne, das müssen wir mit Schwertkämpfern machen. Oder mit... Derwischen. Derwische könnten sich dafür bestimmt auch gut eignen. Die sind halt schön schnell. Kossen aber ewig viel. Ne, wisst ihr was? Wir machen das nochmal. Aber diesmal schicken wir die Derwische mit hoch. Und vielleicht noch ein paar Schwertkämpfer. Das heißt, jetzt kommen die Schwertkämpfer zuerst. Dann kommen gleich noch ein paar Derwische hinterher. Boah, ich limmere da jetzt nicht unbedingt. Die wollte ich ja eigentlich noch aufsparen. Das sind diese Schweine, ey. Aber gut, die kriegen wir zum Glück noch weg, so. Aber trotzdem gemein. So, die Schwertkämpfer kommen jetzt dann einfach mal in die Richtung. Und wollen nach oben einfach mal. Einfach mal den ganzen schönen Weg. Dann möchte ich euch haben. Das ist halt jetzt mal eben die Eins. Ausnahmsweise. War da. So. Jetzt kommt ihr mit dazu. Und geht ebenfalls da hoch. Und dann kommen jetzt die Derwische. Die sind ja langsamer, als ich dachte, wenn sie nicht gerade stürmen. Hoch, 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 hoch. Ähm. Irgendwie will das nicht so ganz. Kommt, alle da hoch, alle da hoch. Und stürmt. Leute, weiter werden die niedergemetzelt. Hm. 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 Mein Plan weist noch Lücken auf. Ganz unterschätzt. Wie viel die Jäger doch aushalten. Aber ey, die kommen doch ganz gut durch. Ich würde schon fast auf den Notfallplan übergehen. Wow, wow, wow. Jetzt haben wir ein Problem mit der Nahrung. Können wir das so noch schaffen? Die Angriffsarmee ist halt echt nicht von schlechten Eltern. Das war, glaube ich, auch die, die mich jetzt ein bisschen in den Kopf gekostet hat. Was können wir denn überhaupt bauen? Da haben wir noch solche Wegen. Hm. Ob das jetzt groß noch was wird, wird sich wohl zeigen. Unsere Möchelmörder können wir auch noch ein bisschen Spaß haben, klar. So hat er als gedacht. Hm. Wir brauchen viele Katapulte. Ich möchte jetzt hier die Mauer aufschießen und schnell mit den Schwertkämpfern einfach durch. Das könnte auch funktionieren. Gute alter Warsh. Wir schicken auch Lordi mit. Oh, wir haben ja sogar noch Katapulte bekommen. Und Einheiten. Wir sind einsatzbereit. Katapult bereit. Hm. Ja, die machen jetzt unsere Wirtschaft kaputt hier. Na gut, wir haben ja Schwertkämpfer, die können hier kuntern. Lordi, kümmern wir uns nicht mal um die hier. Dann machen wir doch... Wehren wir das doch mal ab. Ich möchte jetzt nicht meine Wirtschaft verlieren. An diesen blöden Angriff. Ähm, die Katapulte besser nicht. Lasst es über. Kriegen wir echt so langsam, Leute? Na gut, hier werden ja ständig welche abgemetzelt. weiter durchschnetzeln, weiter durchschnetzeln. Lordi kriegt das noch ganz gut hin. Neun Katapulte dürften reichen. Das Problem ist halt wirklich, dass jetzt auch noch durch diesen blöden Angriff... Ja, ich glaube, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann warte ich einfach beim nächsten Mal, bevor wir den Sklavenangriff machen, warte ich dann einfach ab. Bis dieser Angriff erfolgt ist. Weil das ist halt das Gemeine. Wir kriegen kaum Leute dazu. Weil die ja ständig rummetzeln hier im... Lager. Die halten halt so viele Bogenschüsse aus. Ne, wisst ihr was? Das wird mir zu blöd. Wir machen das jetzt nochmal in der Stelle. Und machen das so, wie gesagt. Wir wehren jetzt noch den Angriff hier ab. Da sind ja wieder welche. Tolle Kandidaten. Wir brauchen viele Schwertkämpfer. Zum einen fürs Abwehren von dem Angriff. Und zum nächsten einfach, um da richtig durchstürmen zu können. Wir kommen dann einfach mit ordentlicher Wucht und Katapulten. Wir müssen nur hoffen, dass die Katapulte lang genug Stand halten, um hier alles nieder zu bomben. Aber zehn Stück dürften reichen. Vor allem, wenn wir noch eine Schwertkämpfer vorschicken, die noch ein bisschen Feuer auffangen, dürfte das funktionieren. Jetzt kommt erstmal der gegnerische Angriff irgendwo dann. Den fangen wir erstmal ab und danach greifen wir an. So. Winter können wir die Derwisch auch einsetzen, um die Schwertkämpfer ein bisschen loszukriegen. Und Katapulte. Die Verstärkung mit den Katapulten dürfte auch bald noch ankommen. Machen wir uns mal eben ein bisschen schneller kurz, bis die da sind. Da kommen sie. Die alten Penner. Die laufen gerade so wie Schwertkämpfer. Cool. Okay, die werden jetzt ja geschossen. So, jetzt kommen wir wieder auf normal. So, die Schwertkämpfer gehen auf Abfangkurs. Hier kommt jetzt mit darüber. Ich brauche euch mit auf diesen Turm. Jetzt, warum umlauft ihr das hier? Die wollen hier unbedingt metzeln. Hm. Schicken wir mal die Derwische dazu. Oder? Wenn richtig viel auf einem Haufen sind, wird das richtig geil mit den Derwischen. Heiler brauchen wir dann auch gleich. Warten wir, bis die Schwertkämpfer dazukommen zum Getümmel. Hm. Na, 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 na. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt. Und wirbeln. Ja, das ist wirksam. Auf offenen Feldschlachten sind die Derwischer richtig geil. Wenn es gerade so ein schönes Geknubbel gibt. Ah, oh, eh, Power. So, jetzt hätte ich gerne noch mehr Katapulte. Da ist nochmal was. Gut, jetzt ist das alles mal ein bisschen koordinierter. Ich könnte auch mal wieder mit Bogenschützen räumen wieder. Obwohl das bei Jägern schwerer wird. Ihr seht, wie viel die aushalten. Das speichern wir jetzt nochmal. Es ist mir schon ein Fortschritt, dass ich diese Angriffsarmee weg habe. Ich muss auf jeden Fall vor dem nächsten gegnerischen Angriff jetzt kommen. Äh, Lordi? Der kann eigentlich auch mitkommen. Warum eigentlich nicht? Wir müssen alles setzen. So, ihr seid jetzt dann doch mal meine... Ich mach euch mal zu drei. Meine Schwertkämpfer werden die Eins. Die Helle kommen mal mit. Hm, Katapulte sind die Zwei. Hm, sind es jetzt mit den Sieben? Ja. Drei mehr will ich schon haben. Zehn Stück wären eigentlich okay. Also noch zwei. Wow, wow, wow. Jede Menge Holz zum Verkaufen. Das ist gut. Jetzt haben wir mal zu viel Holz. Aber einfach nur, weil wir ewig nichts gebaut haben. Macht auch Sinn, dass es sich dann anstaut. Können wir dienen? So. Okay, ich würde sagen, probieren wir es mal. Ähm, ja, cool. Dann fahrt erst mal vor. Wir speichern nochmal unter dem zweiten. Gespeichertes Spiel überschreiben. Und auf geht's. Die Schwertkämpfer kommen vor und ziehen ein bisschen Feuer auf sich. Ich glaube, das sind genug. Ich habe irgendwie so meine Zweifel. Ah, aber mir geht es erstmal wirklich drum her, erstmal ordentlich Schießbude zu veranstalten. Hm, nochmal Verstärkungen sind Katapulte und wir kommen zu sein. Hm, nochmal mehr Katapulte und so Zeug. Das müsste trotzdem so reichen. Na, kommt nochmal zurück. Lass die Schwertkämpfer als erstes Feuer nehmen. Jetzt gehen die Schwertkämpfer vor. Jetzt kommen die Katapulte hinterher. Ich würde schon fast gerne meine Bogenschütze noch allesamt losschicken. Lass sie noch ein bisschen rumfeuern. Sobald ihr könnt, müsst ihr dann hier reinfeuern. Der Turm wird nicht reichen, leider. Warum könnt ihr da nicht hinschießen, jetzt? Ah, sehr schön, das wird reichen. So, ihr kommt dann auch mit dazu. Und die Mäuchelmüller machen auch mit. Wir brauchen jede mögliche Kraft. So, wunderbar, ist offen. Schwertkämpfer durch. Hei, 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 das ist der nächste Angriff. Fuck, das ist doch gemein. Warum ausgerichtet jetzt? Wir machen unsere alte Taktik nochmal. Derwische, ich baue euch jetzt. Ihr lasst die zusammenknubbeln. Allesamt, auf einem riesig großen Knubbel. Das könnte funktionieren. Warten, bis sie alle da sind. Ihr macht euch auch schon mal bereit. Und jetzt rein. Und wirbeln. Wirbel, 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 wirbel. Oh Gott, die haben ihre blöden Feldwebel noch dabei. Aber wow, 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 wow. Oh, das war nicht wenig Schaden. Durch das Umgewirbeln. Ist trotzdem noch die Frage, ob wir das schaffen, diese Feldschlacht. Wir haben nicht wenig Einheiten, klar. Schicken wir die Sklaven mal mit dazu. Ich sage schon mal so in Richtung Rot marschieren. Riesenhaufen. Ja, die gehen einfach weiter. Ne, ihr geht einfach. Besser gesagt, wir machen mit. Aber ihr könnt euch mal um die Armpelschützen kümmern. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Wie viele sind da noch? Jetzt haben sie es langsam, oder? Hm. Ja, jetzt haben wir es. Okay, es dürfte eigentlich reichen. Schicken wir noch Loading mit. Wo ist er? Da ist er. Hinein mit dir ins gute Getümpel. 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 Genau. Schicken wir noch ein paar. Wir hätten auch ein paar Fasanitenritter dazu schicken können. Naja, passt schon so. Jetzt gehen wir in den Rest. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt die Musterlösung, aber es hat funktioniert. Auch wenn mein Plan total schief gegangen ist mit meinem Ja, ich kann gleich von dort da rüber schießen. Irgendwie ging jeder Plan schief, den ich hier gerade aufgestellt habe. Wie gemein. Dann wäre ich nämlich doch lieber von links gekommen. Aber jetzt schaffen wir es. Jetzt haben wir ihn. Wunderbar. Wir haben einen glorreichen Sieg errungen, oh mächtiger Potentat. Wir sind siegreich sein. What the fuck? Schönes Bild. Vorsicht vor den grünen Papageien. Die gelben sind in Ordnung. Also ihr habt doch alle zu viel geraucht, oder? Das ist unglaublich. Alles klar. Okay. Dann wäre das die Kampagne gewesen. Besser exakt die Kampagnen. Denn, Glückwunsch, ihr habt die Freiheitskämpfer-Kampagne gemeistert. Oh, ihr. Meisterklasse. Ja, das wäre es gewesen. Das wären die fünf Kampagnen gewesen. Zumindest die, die es derzeit gibt. Wer weiß, ob es irgendwann noch DLCs gibt. Von daher möchte ich noch nicht sagen, dass es endgültig abgeschlossen ist. Aber das wäre das Kampagnen-Let's Play gewesen. Ich werde jetzt direkt in Kürze, also direkt als Übergang, mit den Scharmitzelzügen anfangen. Aber das wird dann eine eigene Playlist. Das war jetzt die Playlist für die Kampagnen. Jetzt beginnt, jetzt beginnt ein ganz neues Projekt quasi, wieder von Part 1. Und zwar die Scharmitzelzüge. Da fangen wir dann beim nächsten Mal an. Und ich denke, wir machen auch von oben nach unten. Das heißt, wir fangen mit Taufe an. Und gehen dann nach und nach alles durch. Bis zu Verdammnis runter. Aber gut, wie gesagt. Das wäre es jetzt erstmal gewesen mit dem Kampagnen-Let's Play. Ich sage erstmal vorläufig. Wer weiß, ob es noch welche gibt. Und ja, dann bedanke ich mich so weit fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Beziehungsweise bei den Scharmitzelzügen. Bis dahin. Bye, bye.